Wir machen jetzt die Kartoffeln, äh nee, Karotten und wir haben schon ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so ein komplett kompostierbares Band und da sind so kleine schwarze Stellen, das sind die Körner und dann wachsen die halt. Und jetzt zumachen dann noch. Achso, das Loch, das kann man eigentlich, glaube ich, mit einer Schaufel auch machen. Ja, wir haben es jetzt mit so einem Teil hier gemacht, mit der Omaschaufel. Ja, die nennen wir so. Und dann nochmal plattdrücken und dann sind die Karotten auch schon fertig. Ja. Also, ja. So, jetzt hat es wie gesagt wieder ein Bess an. Wie viel Aufnahmezeit haben wir noch? Wir haben erst 56 Sekunden. Ja, wie viel haben wir noch? Äh, noch 7 Minuten. Dann können wir doch direkt eigentlich. Wir machen direkt die Zwiebeln weiter. Die Zwiebeln weiter. Yeah, Zwiebeln. Dann müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das denn jetzt auf. Mach mal einen Kaffee. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das auf dem Haus machen.